Gilt es um den Rapper P. Diddy, einer der im Jahr 2005 einflussreichsten Menschen des Jahres und auch ein sehr, sehr bekannter Musikproduzent. Viele kennen seine Songs. Und der soll jetzt aufgrund von neuen Gerichtsdokumenten, aufgrund von einer Anklage, die von einem ehemaligen Musikproduzenten gegen ihn erhoben wurde, quasi der neue Jeffrey Epstein der Musikindustrie sein. Dieser Vergleich wird gebracht und zwar soll er, einfach um es grob zu sagen, bewusst Partys bei sich geschmissen haben mit versteckten Kameras in seinen Villen, Leute unter Drogeneinfluss gesetzt haben oder andere illegale Aktivitäten dazu gebracht haben, wie beispielsweise Minderjährige, Schlechtsverkehr mit Minderjährigen, die dann gefilmt haben und dann das Material, was er da gesammelt hat, als Erpressmaterial zu verwenden gegen bekannte Rapper, Celebrities, aber auch teilweise Politiker. Und ich habe mal ein bisschen Recherche nebenbei noch betrieben. Ich habe herausgefunden, dass vor allem die rechtskonservative Kommentatorin Candace Owens sich um diesen Fall gewidmet hat. Und die hat teilweise sogar den Vergleich gebracht mit Epstein und sogar eingebracht, dass der Tod von Michael Jackson wohl auch etwas mit dem Ganzen zu tun haben soll. Kann ich jetzt nicht garantieren, ob das stimmt oder nicht. Sie schreibt zumindest auf Twitter, hier mal eingeblendet, der Fall Didi ist wohl größer als der Fall Jeffrey Epstein und dennoch schweigen die Medien darüber. Das liegt daran, dass sie darin verwickelt sind. Es ist dunkel, aber wir wissen jetzt, dass sowohl Politiker als auch Prominente erpresst werden. Also unglaublich viele Vorwürfe, die sehr, sehr verrückt klingen. Ein Thema, was sehr kontrovers ist und es basiert, wie gesagt, auf dieser Anklage. Und das schauen wir uns heute an, denn wir haben uns gesagt, hey, wir lassen das mal aufarbeiten, recherchieren und gucken uns genau an, was stimmt davon, was stimmt davon nicht, beziehungsweise was wird erstmal erhoben. Weil, das ist wohlgemerkt, muss man ganz klar sagen, wir können nicht beurteilen, was genau davon stimmt oder nicht stimmt. Es ist ein Gerichtsdokument, es ist eine Anklage. Nur, weil etwas angeklagt wird, heißt es nicht, und das sage ich jetzt ganz klar als Disclaimer, weil die Sachen, die wir da gleich vorlesen werden aus dieser Anklage, das ist ein offizielles Dokument, die sind absolut verrückt. Aber nur, weil etwas in einer Anklage steht, heißt es ja noch nicht, dass es stimmt. Das heißt, unter diesem Vorbehalt, dass hier auch vieles nicht stimmen muss, sondern dass es in einem Gerichtsdokument ist, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Philipp, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, es gibt ja einfach unterschiedliche Themen in der amerikanischen Medienlandschaft zur Deutschen. Wir haben unterschiedliche Probleme, wir haben viele eigenen Probleme und so kümmert man sich eben in Deutschland teilweise mehr um, ja, eben deutsche Belange. Und mir ist es aber aufgefallen, weil ich eben ein Auge auch immer über den großen Teich habe in den USA und so schaue, was da vor sich geht. Da es ja oftmals so ist, dass beispielsweise neue Entwicklungen erst in den Vereinigten Staaten starten und kurze Zeit später zu uns nach Europa rüberschwappen. Themen genauso und so weiter. Trends im Allgemeinen beobachte ich sehr genau, was in den USA vor sich geht. Und da kam eben diese Anklage und da kamen sehr, sehr viele Leute, die sich darüber geäußert haben, aber auch schon seit vielen Jahren. Also, dass P. Diddy, Puff Daddy, Diddy, Sean Combs, er hat ja viele Namen, Brother Love, Love, er tut sich ja seinen Künstlernamen immer wieder ändern, um vielleicht auch sich wiederum in ein anderes Licht zu bringen. Das ist ja eine sehr skandalträchtige Person, ja, grundsätzlich. Wir werden gleich mal darauf eingehen, ob schon mal ähnliche Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden, wie die jetzigen, die vom ehemaligen Musikproduzenten Rodney Little Rod Jones erhoben wurden, welcher über ein Jahr mit ihm zusammengelebt hat, ja, zwei erwachsene Menschen, die zusammengelebt haben, um ein Musikalbum für Diddy aufzunehmen. Und er wirft ihn eben in diesen Gerichtsdokumenten, wir haben diese Gerichtsdokumente ja auch offen da, ja, also das ist alles hinterlegt, was da ausgesagt wird, der eben unglaubliche Anschuldigungen trifft. Zum einen sexueller Missbrauch von anderen Erwachsenen, also das ist jetzt im Bereich Missbrauch, im Bereich der Homosexualität, dann sexueller Missbrauch von Minderjährigen, dann Erpressung durch diese Partys, sogenannte Freak-Offs, Diddy's Freak-Offs, wo er Partys geschmissen hat, wo es von Drogen nur so gewimmelt hat und das ganz bewusst auch ein Teil des Ganzen war, dann noch deutlich schwerwiegendere Vorwürfe, nämlich Sex-Trafficking, also die Ausbeutung von Sexarbeitern und Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung und Mord, ja, Mord auch. Und es ist unglaublich, da werden Bilder gezeigt in den Gerichtsdokumenten, es ist schon, ja, was soll ich sagen? Und wenn wir uns mal der Sache widmen, Kian, gab es denn in der Vergangenheit schon Skandale und wir schauen uns das mal an, P. Diddy, einer in den letzten 20, 25 Jahren der bekanntesten Rapper der Welt, damals eben als Puff Daddy, der war ja auch schon beispielsweise mit Jennifer Lopez liiert, einer der ganz, ganz großen, auch extrem vermögend, sehr, sehr mächtig und die Anklage ist eben, dass er zu einem Teil dieser Macht gekommen worden ist, weil er so wie, ähnlich wie es beispielsweise Harvey Weinstein damals in Hollywood mit diesen ausufernden Partys, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Ausspielung von Macht im Falle von Weinstein gegen Frauen, dann Jeffrey Epstein im, ja, im Bereich der Politik, nicht nur Politik, da ist genauso Hollywood dabei, Ausbeutung minderjähriger Mädchen, Pädophilie und so weiter. Pädophilie ist jetzt nicht hier unbedingt das Augenmerk per se hier, also das sind zwar, da geht es auch um minderjährige Prostituierte und minderjährige Mädchen, die zum einen unter Drogen gesetzt werden, dann zum anderen vergewaltigt werden, teilweise von Puff Daddy, teilweise von mehreren Personen, also das sind die ganzen Anschuldigungen. Wenn wir uns mal ganz kurz durchgehen, was gab es denn in der Vergangenheit? Im Jahr 1991 war Combs Mitveranstalter eines Basketballspiels mit Prominenten und ein Konzert am City College of New York, bei dem neun Menschen starben und 29 Menschen verletzt wurden. Die Turnhalle hatte ein Fassungsvermögen von 2730 Personen, aber es kamen bis zu 5000 Personen zu dieser Veranstaltung. Nachdem die Organisatoren die Türen geschlossen und die Teilnehmer nicht mehr hereingelassen hatten, brachen die Menschen draußen die Turnhalle auf und stürmten in die Lobby, was zu einer Massenpanik führte. Der damalige New Yorker Bürgermeister David Dinkings veröffentlichte einen 67-seitigen Bericht mit dem Titel A Failure of Responsibility, also ein Versagen der Verantwortung, in dem Combs, also Sean Diddy Combs, vorgeworfen wurde, unerfahrene Sicherheitsleute eingestellt zu haben. Combs zahlte einige Familienangehörigen Entschädigungen, damit Klagen fallen gelassen wurden. Das ist jetzt außerhalb dem Bereich der Anklagen, aber wir machen weiter. 1999 war er mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lopez in einer Schießerei in einer Disco in New York verwickelt. Er wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt, doch freigesprochen. 2015 wurde er festgenommen, nachdem er den Football-Coach seines Sohnes attackierte. Anklage wurde auch fallen gelassen. Jahr 2017 wurde er von seiner persönlichen Köchin Cindy Ruella wegen sexueller Belästigung und Ausbeutung verklagt. Gegen eine Schadenersatzzahlung wurde die Klage fallen gelassen. 2023, das ist bisher so mit die größte Anklage neben der jetzigen, reichte seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassie Ventura, Klage gegen ihn wegen sexueller Übergriffe ein. Unter anderem wegen Vergewaltigung und Missbrauch. Er soll seine damalige Freundin darüber hinaus zum Sex mit männlichen Escorts gezwungen haben. PDD selbst warf seine Ex-Freundin vor, ihn erpressen zu wollen. Diese Klage wurde außergerichtlich gegen eine hohe Summe an Cassie niedergelegt. Da gab es eine Klage im Gegenwert von 30 Millionen US-Dollar und es wurde dann aber außergerichtlich quasi geklärt, ohne Schuldeingeständnis. Auch hier, man sieht, es gibt unglaublich viele Anschuldigungen. Er wehrt sie aber immer wieder ab, meistens indem er, ja sagen wir mal, außergerichtliche Vereinbarungen trifft. Das heißt, er zahlt Geld. Er zahlt Geld außergerichtlich und dann, ja, ist er. Ja, du kannst ja gerade mal vorlesen, was sein Anwalt Benjamin Brafman dazu gesagt hat. Zu dem es auch übrigens interessante Verbindungen gibt zu seinem Anwalt. Der sagt folgendes, nur damit wir uns darüber im Klaren sind, eine Entscheidung, einen Rechtsstreit beizulegen, insbesondere im Jahr 2023 ist in keiner Weise ein Eingeständnis eines Fehlverhaltens, die Entscheidung von Herrn Kompst, den Rechtsstreit beizulegen, untergräbt in keiner Weise seine Ablehnung der Behauptung, er ist froh, dass sie eine unvernehmliche Einigung erzielt haben und wünscht Frau Ventura alles Gute. Jetzt ist aber das Interessante, dass dieser Anwalt Benjamin Brafman, der hat in Vergangenheit bereits mit Didi gearbeitet, 2001 zuletzt in einem Verfahren wegen Bestechung und unerlaubten Waffenbesitzes sogar auch einen Freispruch erwirkt. Der hat aber andere Klienten auch, wie beispielsweise Michael Jackson gehabt. Der hatte 2004 den Vorwurf Kindesmissbrauch, dann den IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn mit dem Vorwurf versuchte Vergewaltigung und Harvey Weinstein, 2018, bis Weinstein, eine Frau als Verteidigerin, forderte Vorwurf sexuelle Übergriffe. Also, ja, jemand, der sich mit diesen Themen auskennt auf jeden Fall.